Der Dominik nennt mich immer Udo, so liebe Freizeitparkfreaks. Unglaublich aber wahr, wir sind immer noch im Moviepark. Germany, here we go again. Ja, richtig gut, wir waren eben noch bei Subway. Davor waren wir im Endeffekt noch Studiotour, technisch unterwegs. Davor haben wir noch, wie gesagt, Van Helsing, Star Trek, Autoscooter. Was haben wir sonst noch gemacht? Ja, Studiotour. Jetzt gerade sind wir noch mal von Helsing gefahren. Time Riders nicht zu vergessen. Krass, Swarm Shop hier, ne? Hier, wie heißt das Ding denn nochmal? Ja. Ja, irgendwas hier mit. Ihr wisst, was ich meine. Im Blick dahin drüben. Ne, die wird im Maus verschnitten. Also wie gesagt, man sieht das hier am Santa Monica. Hier ist es nichts los, gar nichts. Also es ist unglaublich. Das Kettenkarussell haben sie neu gestrichen, die Fassade, das Häuschen. Also wie gesagt, der Shop, wirklich, der ist echt toll geworden zu den Studios. Das passt echt gut. Ja, ich denke, wir machen jetzt noch eine Runde Crazy Surfer und dann noch eine Sidekick. Also Lucky Luke, sorry, wenn ich raus, das tut nur noch weh an den Ohren. Also da müssen die dringend was dran machen. Also das war ja schon zu Halloween Horror Festival Zeit. Letztes Jahr schon, wo ich gesagt habe, okay, ja Bandit, ja, schlägt ja auch ein bisschen. Aber sie haben ja was gemacht. Ich berichte dann nachher, wie das Fahrgefühl ist nach Bandit. Auch wenn ich immer mehr denke, so bloß nicht auf achsesitzen.de. Aber wie gesagt, wir sind ja dann heute Abend noch für euch im Phantasien unterwegs mit den zwei anderen bekloppten. Und ja, den Rest spoiler ich jetzt noch nicht. Lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall ein verschreppeltes Wochenende. Und am 15. sind wir für euch sogar noch im Efteling unterwegs. Und noch zu Eloria werden wir auch noch über. Also es wird eine coole Zeit. Das wird unser Jahr. Und das wird richtig schreppelig. Also in der Hinsicht, wir fahren erstmal Crazy Surfer und lassen uns diese angeblichen Möwen in unser Gehörgang drücken. Und in der Hinsicht, wir sind vertreten auf Facebook, Instagram, Twitch und... 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 Also das Video dauert halt auch mal 6 Minuten. Und... Ich hab mich aufgefasst dran. YouTube. Hahaha.